Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Zoom. City Skyline. So, wir drücken direkt auf Play. Wir brauchen ganz viele Wohngebiete. Und die werden wir jetzt erstmal hier hinten ansiedeln. Würde ich sagen, ja. Sollen wir diese Gewerbegebiete hier abreißen? Ich würde schon sagen, oder? Ja. Weg mit euch. Hier werden in Zukunft Wohnungen sein, bitte. Denn wir haben ja gesagt, dass wir hier oben das Gewerbegebiet ansiedeln wollen. Natürlich ist das jetzt hier nicht so schön, die Mühlabfuhr oder die Mühlhalde und unser Generator für Strom. Aber geht halt leider gerade nicht anders. Deshalb. Die, wo wir da wohnen wollen, müssen es halt tun. So. Ähm. Hier ist noch nicht mit Wasser gebunden. Nein. Nein. Jetzt hab ich. Eieieie. So. Jetzt aber. Okay. Ähm. Dann werden wir diese Straße hier mal auch weiterziehen. Wie kostet der Spaß? Er ist schon ziemlich teuer, ne? Also. Was will man machen? Wir wollen uns eine Großstadt hier errichten. Und deshalb schauen wir mal auf den Verkehr. Oh. Hier sind Knotenpunkte. Klar. Wir können mit Kreisverkehren arbeiten. Wir haben nur den kleinen bisher, ne? Oder? Haben wir doch schon einen größeren? Äh. Nein. Hier nicht. Hier. Nein. Nur den kleinen. Nein. Den kleinen möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Oh. Okay. Jetzt können wir auch Erzindustrie machen. Und jetzt haben wir den größeren, oder? Ja. Großer Kreisverkehr. Sehr gut. Und ein Bustippo. Und ein Friedhof. Und überhaupt. Ähm. Moment. Jetzt möchte ich aber erst hier sagen. Ist weg. Ähm. Ja. Hier. Erz. Bitte. So. Und das ist jetzt halt auch genial. Wie ihr seht. Oder? Moment. Dauert ein wenig. Aber die müssten sich jetzt alle umabbauen. Und ja. Hier. Fangen sie an. Hier gehen die weg. Und es werden neue Gebäude errichtet. Um Erzindustrie zu betreiben. Also Erze aus dem Boden zu holen. So. Okay. Okay. Wir brauchen aber immer noch. Ähm. Immer noch mehr Einwohner. Das machen wir doch jetzt mal rotzfrech hier. Oh nein. Das gefällt mir nicht. Oh hier. Ja. Da ist ein bisschen Platz. Ist auch okay. Ähm. Ähm. Wollen wir das hier auch noch so hier machen. Warum nicht? Ich denke wir müssen eh später ziemlich viel wieder ummodeln. Ähm. Was vom Verkehr. Was den angeht. Aber. Es gibt nichts das wir nicht schaffen. Also bis jetzt haben wir immer alles geschafft. Denke ich. Finden Sie. Warum Minus? Minus gefällt mir nicht. Ich will hier ein Plus sehen. Ich möchte mehr Einwohner. Nicht weniger. So. Jetzt wollen sie gerade nicht. Warum wollen sie jetzt auf einmal nicht mehr? Mhm. Wahrscheinlich weil hier jetzt ist jetzt alles sich erst wieder entwickelt. Das ist. Jetzt ist hier kein Strom. Weil sie hier nur nichts gebaut haben. Aber das wird ja noch. Ich hoffe mal, dass sie hier bald was bauen. Dass er sich wieder verbindet. Wäre schön. Wäre schön. Mhm. Oh. Polizeieinsatz. Da geht da da. Oh. Da sind sie reingerannt. Und zack. Und raus. So. War wohl ein Verbrecher drin. Blöd gelaufen für ihn. Hat er sich erwischen lassen. Dein Noob. Na. So. Ah. Dann. 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 Hier ein Kreisverkehr wäre schon nice. Was sollen wir das mal machen? Jetzt können wir die Straße gerade wieder abreißen. Hatten den aber vorher halt nicht. So. Wollen wir den so hin? So erst einmal. Diese komische Stöpselpupsel, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Die reiß ich ab. Also die könnten auch den Kreisverkehr nehmen. Finde ich. Moment. Was ist hier los? Was? Warte. 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 Langsam bitte. Wir brauchen erst mal was. Und zwar einen Friedhof, bitte. Dann möchte ich hier hin haben. Haben wir genug? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Warum sind so viele krank? Was ist passiert? Hier geht die... Leute, guckt euch das mal an. Ja. Das hat keinen Strom. Was soll denn das? Ach, wir haben ja mehr genug Strom. Das ist nicht... Wir haben aber diese geilen Teile jetzt hier. Und damit können wir doch... hier... Strom generieren, einiges. Das müsste jetzt ja wohl reichen. Ja. Muss... Wollte ich doch gerade sagen. So. Jetzt haben wir auch wieder Strom. Ich glaube, deswegen waren die krank. Ähm, Wasser? Haben wir hier kein Wasser? Nein. So kleine Pupsel da. Und hier liegen Leichen. Im Übrigen. Was ist das? Kriminalität geradezu. Was ist hier? Ihr braucht Arbeiter, oder wie? Nicht genügend Arbeiter. Ja. Dann sagt er nur, dass sie einziehen sollen. Ah, dann, 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 dann. Wir müssen... Was haben wir denn hier Schönes? Ach so, ja. Das war das. Aha. Können wir noch nichts bauen, aber wir können noch einen Park oder so bauen. Ein Hundepark. Ein Hundepark ist doch immer schön, oder? Also, ich mag Hunde. Den bauen wir mal. Den bauen wir denn hier hin. Hier hin ist gut. Hundepark. Was können wir hier noch? Spielplatz? War das Spielplatz? Ne, ein kleiner Park. Ich möchte einen Spielplatz, bitte. Kleiner Spielplatz. So. Hier hin. Ein wenig die Gegend verschönern. Damit die Leute auch gerne bei uns, äh, zu uns kommen und einziehen. Äh, hier sind verlassene Gebäude. Die reißen wir ab, oder? Ich denke das. Dam, da, dam, da. Tadam. Ach Leute, ich freue mich. Ich finde dieses Spiel echt genial. Und ich glaube echt. So, was ist es? Die kann da echt einpacken, ne? Das ist so traurig, wie es ist. Ähm. Hier erst einmal. Und hier erst einmal. So. Wir haben einen Kreisacker. Den wir jetzt noch nicht richtig nutzen. Aber auf die Dauer wollen wir den hier. Für diese Kreuzung hier. Ja gut, das finde ich ja ganz gar nicht so blöd, was wir hier gemacht haben. Ne, mit der Brücke. Können die unten durchfahren und so. Es hat schon was. Es hat schon was. Und es werden mehr Wohnungen gebraucht. Okay. Machen wir gerne. So. Wir haben hier wieder kein Wasser. Stimmt's? Da habe ich recht. Nein. Bitte hier anknüpfen. So. Ja, die werden halt immer wieder verlassen. Weil wir nicht genügend Arbeiter haben. Das wird sich mit der Zeit regeln. Aber erst einmal müssen die Einwohner kommen. Oder arbeiten wollen. Was ist hier? Müll. Ja, hier kommt niemand hin, ne? Dann machen wir das mal weg hier. Dann machen wir hier dieses Gebiet weg. Wird besser sein. So. Ja. Brauchen wir Arbeiter? Können wir diese... Was kostet denn die blöde Schule? 24.000. Haben wir gleich zusammen. Die werden wir bauen. Vielleicht brauchen die auch qualifizierte Arbeiter mehr. Was ich aber nicht glaube. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hauen wir mal hier hin. So. Ah, wie es sich alle freuen. Ach, schön. Das machen wir langsam. Und wir folgen mal diesem Auto hier. Geht nach M&H Klauschen. Aha. Kommst du her? Da steht nicht... Sie ist arbeitslos, aber geht shoppen. Okay. Vielleicht erst seit kurzem oder so. Ach so, da ist ein Krankenwagen. Wo fährt der hin? Natürlich den verfolgen. Also ich finde es auch schön gemacht hier, muss ich sagen. Der Stil der Häuser und so. Oh, hier. Oh. Da war ein Auto im Weg. Aber da hat das... Ja, gut. Es gibt anscheinend doch noch kleine, kleine Fehler. Aber gut. Über sowas kann ich wirklich hinweg schauen. Ich habe es im Garten fast mit leuchtend Schleim gefunden. Das ist meistens nicht gut, ne? So. Oh, unsere schöne Brücke. Das ist unsere erste Brücke, Leute. Hat doch was, oder? Jetzt stehen wir im Stau. Na toll. Okay. Okay. Wir machen wieder schneller. Und eine kleine Stadtrundfahrt. So. Oh, guck mal. Die nehmen das zum Wenden. Also ist nicht ganz umsonst gewesen, ne? Wir brauchen mehr Wohnhäuser noch. Die wollen... Wie sieht es denn jetzt hier aus? Habt ihr jetzt mittlerweile... Ne, immer noch nicht. Da müssen wir... Dann müssen wir wirklich mehr Wohnhäuser bauen und... Ich würde mal sagen, wir machen mal hier eine Verbindung. Machen sie mal länger, dass das hier auch richtig passt. So. Äh, so. Na, man, hier... Ah, diese Kreuzungen sind halt nicht gut, ne? Aber ohne geht es ja auch, ne? Ohne geht es auch nicht. Äh, so. Da brauchen wir wieder Wasser. Ganz klar. So, hier noch ein Hupsel. Hier mit verbinden. Nein, das war zu viel. So. Oh, jetzt sind wir pleite. Upsi. Aber gut, macht nichts. Wir kriegen ja jetzt mehr Steuern bald und so. Hier. Erstmal hier ausfüllen. Ein wenig Gewerbe wollen sie auch. Ja, können sie auch haben. Meinetwegen. Machen wir hier etwas Gewerbe. So, dass sie auch schön einkaufen gehen können. Gibt uns hier auch Steuern. Wir reißen jetzt nochmal hier ab. Das ist doch scheiße. Alles nur wegen der Arbeit, schätze ich. Das sieht halt hässlich aus. Das sieht halt hässlich aus. Ich mag diese blinkenden Symbole nicht. Das ist doch schon. Das ist ja auch schon größere Gebäude hier. Schaut mal Leute, ach guck mal, was ist das? Buzzy Corner Shop. Und das? Auch Buzzy Corner Shop. Okay, was haben wir hier? Organic Foods. Interessant. Sag mal, wird die alle zwei Stück nebeneinander oder was? Von mir aus? Ist das hier eine Ampel oder was ist das hier? Ah ne, es gibt sogar Schilder. Schade, wir können es nicht lesen. Aber Schilder sogar, das ist natürlich auch geil. Solche Kleinigkeiten machen ein Spiel halt auch umso besser, finde ich. Wir werden aber mal hier jetzt, oder werden wir nicht? Ich wollte jetzt gerade ein Busdepot bauen. Aber es werden weniger Symbole hier, wegen Arbeiter. Ne, doch nicht. Verdammt. Was soll das denn? Werden doch immer mehr Einwohner. Es muss doch auch mal gut sein hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein Busdepot bauen. So, hier hin. Und dann Bushaltestelle. Überall mal hin. Achso. Nein, das wollte ich nicht. Obwohl, doch können wir ja machen. Stimmt, da wird ja direkt ne Linie gemacht. Stimmt ja. So. Dann fahren wir hier durch. Dann fahren wir hier rüber. Dann decken hier noch bisschen was ab. Dann fahren wir hier hin. Dann fahren wir hier hin. Dann hier halten wir auch noch. Und hier halten wir. Und sollen wir hier auch noch mal halten? Ja, warum nicht? Und dann fahren wir hier hin. Und damit hätten wir unsere erste Buslinie. Und ich sehe gerade Strom schon wieder. Was ist mit Strom? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch erst gebaut hier. Leute, die fressen ja den Strom, oder wie? Ja. Ja. Das muss aber gut sein. Wasser. Oh, Wasser wird auch langsam knapp. Ah. Moment, welches war jetzt wohl das? Ah ja, okay. Hier war Abwasser, okay. Hier war das Dreck das Wasser. Das können wir hier hin machen. Und hier war das gute Wasser. Na. So. Ist es verwunden? Bist du... Oh, 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 oh. Meilenstein, geschäftige Kleinstadt. Nice. Viele Straßen, viele Straßen und größere Hilfsdinger. Das ist doch verbunden. Was ist los? Strom. Oh, 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 oh. So. Jetzt passt es wieder, oder? Ja. Strom passt wieder. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ach, schön. Und guck mal, was wir noch alles kaufen können. Ah, da sitzt hier schon freigeschaltet. Wir können schon die ersten Dinge... Hier, das da, was kostet mit der Spaß. 4.800, das ist schon nur Wasser. Wir könnten eine geile Brücke drüber bauen, aber... Mhm. 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 Ja. Müssen wir mal schauen, was wir da kaufen wollen irgendwann. Momentan noch nichts. Deswegen sind wir hier ja noch nicht mal in der Hälfte. Ähm. Und es wird von allem was gefordert momentan. Mhm. Dann werden wir hier... Auch noch eine Abzweigung machen. Lassen wir mal so hier hoch. Und dass wir hier auch noch... So hier. Ähm, mal ein bisschen hoch. Nein. Aber... Die werden wir hier nicht verbinden. Das werden zu Sackers hier. So. Und dann bauen wir hier... Auch noch... ...ganz viel Wohngebiete und ein paar... Von denen hin. Wir müssen das noch mit Wasser verbinden, natürlich. Nicht vergessen. Dann, 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 dann... Ach, Leute. Ich freue mich echt, dass ich es endlich spielen kann hier. Es macht Laune. Also ich kann jedem... ... dass solche Simulatoren oder Städtebausimulatoren mag... ... kann ich das Spiel nur empfehlen. Und es brennt. Ach, scheiße. Und Feuerwehr müssen wir uns auch wieder kümmern. So, aber... Erst in der nächsten Folge, natürlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.